Das Gebiet hier scheint sauber zu sein. Na gut, schauen wir mal, dass wir zum Sheriff zurückkommen. Hallo? Jemand da? Okay, niemand hier. Die bleiben alle schön brav hier unten liegen. Und wir können einfach durchrennen. Na, diesmal ist auch niemand hier. An der gottverdammten Horror-Ecke. Sie ist gut, Off-Road. Looks like he could use some help. Of that, I am certain. Go on now. I got a system. Palmetto Estates are still evacuating civilians to safety. Sent my daughter there. Get there right quick. Squad 910, der Bain. Squad 910. Lee, is that you? Yes, sir. I'm in the campground. I have a few survivors. Back up. Send back up. Okay, ich denke mal, wir müssen weitergehen. Aber den hier können wir gar nicht mitnehmen. Schade. Den hätten wir gut gebrauchen können. Denn ich denke mal, unser guter alter Kumpel Jess, der macht's nicht mehr lange. Sie zumindest ziemlich mit... Oh, meine... Oh. Hä, wirklich jetzt? Das wollte ich sagen. Ja, er sieht ziemlich mitgenommen aus. Genauso wie ich. Ich bin auch ziemlich mitgenommen. Mitten im Dialog. Mitten im Dialog. Kannst du dir das vorstellen? Hui. Okay, Jess. Where the hell you been, you old coot? Jess? Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Oh, shit. Den haben wir verloren. Na gut. Jimmy Blake. Der ist noch am Leben. Also, schauen wir mal. Inventar. Überlebende. 38 von 100. Und hier hätten wir jetzt drei Plätze drin. Okay, wo wollen wir hin? Fontana. Na gut, nehmen wir die Route. Und wir nehmen die Hauptstraße. Denn Ressourcen haben wir mehr als genug. Okay, wir sind in Fontana. Und nur noch Jimmy Blake ist mit dabei. Also, Jimmy, mein Freund. Was machen wir mit dir? Hm. Wenig Gesundheit. Wir geben ihm erstmal hier ein paar Rationen. Na komm, nehmen noch eine. Und wenn wir schon dabei sind. So. Dann kann er mal die Pumpgun nehmen. Und wir brauchen unbedingt Benzin. Denn wie man sieht, wir haben verdammt wenig. Boah, 79%. Okay, den verlieren wir vielleicht. Ah, verdammt. Mit einem Gewehr. Ein bisschen besser. Revolver. Noch ein bisschen besser. Okay, er bleibt hier. Na gut, Jimmy. Nochmal Glück gehabt. Okay, die legen wir weg. 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 Und weg damit. Gut. Okay, die Lage sieht hier nicht besser aus. Alles klar, den kriegen wir. Oh Mann, hinter mir. Woher kommen die immer wieder? Boah, noch einer. Okay, da drüben haben wir jemanden. Oder zwei Zombies, die sich gern haben. Hm, werden wir rausfinden. Nein, zwei Zombies, die sich gern haben. Da sind zwei Schwestern. Okay, dann gehen wir hier lang. Nochmal gucken, hier drüben. Finden wir da was? Können wir hier rein? Nee. Und wir werden schon wieder angegriffen. Die einarmige Lilly. Ich sag dir, er hat zwei Schwestern. Bleib liegen. Oh, da hängt jemand ab. Da war eben gerade ein Schuss. Okay, hier können wir nach oben. Oder auch nicht. Aber den hier, den holen wir schön sauber von hinten weg. Benzin. Benzin. Und weg hier. Wen haben wir denn hier? Also hier war mal ein Lager. Definitiv. Mit den ganzen Fahrzeugen und den Positionen. Irgendjemand hat hier mal die Stellung gehalten. Ah, die wüten hier rum. Okay, können wir hier rein? Do not enter. Ja, stimmt. Na dann. Müssen wir wohl hier hin. Okay, der ging daneben. Na komm. Okay, danach brauche ich unbedingt einen Energy Drink. Okay, jemand in der Nähe? Nein. Gut, ganz schnell. Komm rein damit. Und noch ein hinterher. Und noch ein. Ach, hier finden wir Merle. Der scheint wohl in Fontana zu sein. Aber dass wir nirgendwo rein können. Oh nein. Komm schon. So. Aber hier drüben können wir rein. Auf beiden Seiten sehe ich gerade. Komm schon, wir gehen hinter sie. Und dann. Einmal ins Auge rein. Was macht denn der für eine Bewegung? Hier in der Gegend sind richtig viele Frauen. ein Rucksack. Komm schon, bleib liegen. Der ist lockt. Munition. Munition. Gar nix. Noch mehr Munition. Okay, wo sollen wir hin? Okay, wo sollen wir hin? Ich meine, hier finden wir keine Sachen, die wir noch gebrauchen können. Ich denke mal, das meiste haben wir hier drin mitgenommen. Na gut, dann müssen wir hier drüben rein. Dass wir hier keine guten Sachen finden. Bei diesen ganzen Armeefahrzeugen. Man sollte doch meinen. Können wir da oben drauf? Wow, 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 wow. Nicht von hinten. Na, Moment, wir können hier drauf. Und wenn wir hier sind, können wir eventuell den großen Sprung... Na, Moment. Denn da oben, da sehe ich doch was. Oder? Energy Drink. Hm. Ah, sieh mal an, hier drüben. Benzin. Hätten wir beinahe übersehen. Und der nächste, bitte. Wow, ich höre jemanden. Endlich mal eine Frau. Wo sind die denn? Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Aber eine Frau ist gut. Denn wir müssen ja an die... An die Menschheit denken. Oh Gott. Okay, scheiße auf die Frau. Wie jetzt? Die sollen wir alle besiegen? Was haben wir noch so mit dabei? Irgendwo eine Fackel oder sowas? Nein, die habe ich natürlich im Wagen vergessen. Oh, die Tür ist zu. Wir können hier rein. Okay, der muss noch weg. Und rein hier. Ach, jetzt bin ich nur auf dem Klo. Oh Gott, wir müssen die wirklich alle besiegen. Na gut, schauen wir mal. Einmal einen großen Schluck, dann... Na, gar nichts zum Werfen. Das könnte ein Problem werden. Zu. Dann locken wir den hier an. Okay, einer. Jetzt kommen sie alle. War eine super Idee von mir. War eine super Idee. Na gut. Und den nächsten. Kommt, 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 kommt. Jeder darf mal ran hier. War doch gar kein Problem. Na gut. Steig Atem. Stay quiet, Noah. Calm and quiet. Cool? Noa.